Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 14. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1164. Heute ist dieser Valentinstag. Kauft außer Blumen, Geschenke und alles. Konsum, Konsum, Konsum. Oder lasst es sein und schenkt euren Lieben irgendwann sonst im Jahr verteilt. Irgendwo irgendwas, wie man es immer so schön sagt. Die heutigen Themen Microsoft Lens, AirTags, Frankreich, Tagheuer, iOS und Konfliktmaterialien. Ich starte gleich mit der Microsoft Lens. Die App, die es unter iOS und Android gibt, ist wie so viele, die das können. Nämlich etwas mit dem Smartphone knipsen und dann in PDF umwandeln. Da gibt es von Adobe die Scan-App. Dann gibt es den Scanner Pro von Rattle. Dann gibt es, was gibt es da noch? Quickscan für iOS zum Beispiel. All diese Apps haben etwas gleich. Die haben mittlerweile überall Abos hintendran, was natürlich nicht ganz so lustig ist. Quickscan, das ist vielleicht das Einzige, was noch nicht ein Abo hat. Aber die zieht euch nicht die Kanten glatt. Wenn man also alles haben möchte, ist es schwer. Und wenn man es ganz genau nimmt, ja, für Microsoft Lens könnte man auch ein Abo benötigen, wenn man ein bisschen mehr von diesem OneDrive nutzt. Denn OCR kann jetzt die App auch. Also nicht nur ein PDF generieren, sondern auch den Text darauf analysieren und euch dann zugänglich machen über die Suche. Wenn ihr später tausende von Dokumente habt, könnt ihr mit einer einfachen Textsuche auch Texte direkt im Dokument damit auffindig machen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr das gemachte Bild ins OneDrive speichert. Muss man sich also überlegen, ob man das in die Microsoft-Schiene, respektive in den Microsoft-Server und nach Amerika schicken möchte. Ich für meinen Fall, ach, passt ja ganz gut auf den Pogipsi.ch-Blog. Ich werde es euch noch verlinken. Geht heute Morgen auch ein Beitrag online, respektive in zwei Tagen. Dann kann ich es sogar noch nicht verlinken, wo es um OnCloud geht. Aber ja, erhaltet den Blog am besten mal im Auge. Wer einen AirTag besitzt, der wird sich freuen können, weil es gibt wieder mal ein Update. Denn wieso? Ja, relativ einfach. Es gab immer wieder mal in letzter Zeit einen Missbrauch, was das Ganze anbelangt. Man hat mal kurz einen Schlüssel ausgeliehen, also das Auto und dazugehörigen Schlüssel. Und konnte man dann in Anführungs-Schlusszeichen eine Person tracken und, und, und. Oder eben auch böswillige Geschichten. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte, was sich alles ändert oder kann oder wird. Besser gesagt, in daily.geekdog.ch. Auf dem Browser eurer Wahl im Podcatcher, den ihr nutzt oder wo auch immer ihr diesen Podcast konsumiert, findet ihr einen Link dazu zum Anklicken und Nachlesen. Nachdem es Österreich getan hat, aufgrund von einer Klage von Herrn Schrems, das ist so ein Datenschutzmensch, der sehr Gutes tut. Der hat zum Beispiel auch schon gegen Facebook erfolgreich geklagt, hat es dann eben auch gegen Google geschafft. Und jetzt hat es die französische Datenschutzbehörde, die CNIL, auch getan. Sie hat nämlich Google Analytics als illegal deklariert, weil sie die Daten nach Amerika schubsen. Etwas ähnliches, wie wir letzte Woche schon mit Facebook und dem vermeintlichen Rückzug mit Herrn Zuckerberg aus Europa hatten. Ja, über kurz oder lang sollte man sich ziemlich schnell überlegen, wenn man noch auf dieses unsägliche Google Analytics setzt, das zu ersetzen. Es gibt ja zum Glück auch Lösungen, die man sonst einsetzen kann. Auch viel einfacher ist, weil die meisten Leute, sind wir uns ehrlich, brauchen gar nicht den grossen Riesenumfang, den ein Google Analytics bietet. Weiter geht es mit Tagheuer. Der Schweizer Uhrenhersteller hat eine neue Connected, die Calibre E4 vorgestellt. Eine Smartwatch des etwas höheren Preissegments, wenn man es so nennen möchte. Tagheuer ist halt auch ein Luxushersteller. Und was bekommt man da für eine Google, wie sagt man dem schon wieder, genau. Google, helft mir doch schnell, ein WatchOS, betriebenes Smartwatch in schöner Grösse, 45 und 42 Millimeter, Lunette, sprich ein Drehrad oben drauf, plus auch einen schönen neuen und vor allem vergrösserten Knopf zum Bedienen. Im Innen werkelten, sagen wir eher älterer, Snapdragon 4100, zwar im Plus-Modell. Und es sind 330 mAh Akku verbaut. Innerhalb von 1,5 Stunden soll man diesen Akku gefüllt bekommen. Im grösseren Modell übrigens ein 430 mAh Akku. Und ja, die Uhr geht ab 1700 Euro los und dann hoch bis zweieinhalb Tausend, wenn man das Ganze dann in Titanium hätte gefertigt haben möchte. Mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie lange sie da Updates ausspielen und wie das Ganze dann schlussendlich funktioniert. Für all diejenigen, und das werden nicht mehr viele sein, denke ich doch, die das letzte Update verpasst haben. Ende letzter Woche kam für iOS, tvOS und watchOS, nee tvOS nicht, aber watchOS, ein Update raus. Unbedingt installieren, Sicherheitsgeschichten sind da mit dabei. Zu guter Letzt kommen wir noch zu Apple. Die haben sich im Laufe des letzten Jahres von zwölf Zulieferern und Produktionspartnern getrennt. Wann hat man das getan? War man nicht zufrieden etc.? Ja und nein, zufrieden wahrscheinlich schon, aber es ist ein Ding, was Apple sich verschrieben hat, nämlich Konfliktmaterialien zu vermeiden. Was heisst das? Das ist im Bereich des Zins, des Tantal, des Wolfram und des Goldes, da auf Materialien zu setzen, die aus richtigen und guten geführten Minen kommen. Das heisst nicht mit Kinderarbeiten, keine Ausbeutungen, solche Geschichten involviert sind. Ein sehr gutes Ziel, wie ich finde, sollten sich viel mehr Hersteller dem Ganzen verschreiben. Apple geht da wieder mal vorne hinweg und deshalb hat man sich eben im letzten Jahr von zwölf Unternehmen getrennt, wo man nicht mehr wirklich darauf setzen konnte, dass da eben das Ganze nicht gegeben ist. Konsequent, wie ich finde und eben vorbildlich. Andere Hersteller dieser Welt, macht das bitte nach, weil das kann es einfach nicht sein. Auf jeden Fall nicht. Das war es jetzt mit den heutigen Themen, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start. Und gleich, um es vorauszusagen, das wird eine ziemlich heftige Woche. Ich hoffe, ich schaffe es jeden Tag. Ansonsten verzeiht es mir bitte. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.